Hi. Und Hallöchen. Da sind wir wieder. Heute mal zu dritt. Aus dem Flieger. Weil... Warum auch nicht? Haben wir alle drei kurze Hosen an? Ja! Nein. Was für Hosen? Nein. Schwarz. Wie kommst du überhaupt drauf? Schwarz. Schwarz. Ja, 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 ja. Schwarz. Schon klar, aber was sagt ihr, dass das vier Shorts sind? Wenn ich vielleicht doch eine eigene Waffler-Staffel wieder aufmache. Aber wir sind doch schon in einer Staffel! Und es geht los! Ja, deswegen ja. Du bist Käse! Nein, bin ich nicht. Du bist Brust. Also mir zumindest. Naja. Pff. Boah. Und wir spielen auf Rang 3-0, weil unser lieber Neuzugang hier gerade nix besseres hat. Ja. Ist es leid? Nein, tut es nicht. Du hast völlig recht, tut es mir nicht. Es ist mir jetzt nicht egal. Mir auch. Ist nicht mein Problem. Sondern euers. Ja, ja. Und kümmert sich schon drum. Aber so könnt ihr euch nostalgisch an die Zeit zurück erinnern. Rechts, links. Schwäche. Links. Diktiere nicht. Ich gebe nur Vorschläge. Aber wenn ihr nichts anderes habt, dann... Die Taifun sieht aus, als würde sie auf uns zu wollen. Ja, ich bin direkt am Gartenhals. Oh, die ist dead. Ja, deswegen zieht man auch hoch, Korns. Die Überlenken, da oben sieht nice aus. Die wurde direkt weggeschnackt. Ah, aber ich glaube die... Der Faggafatze... ...ist auch recht vielversprechend. Irgendwie schon, ne? Jedoch, die Überlenken ruhig, aber ich komme glaube ich nicht länger hoch. Ja, die sind gerade gleich weit von mir entfernt. Ich schaue gerade an wen ich rankomme. Ebenso, ja. Ich würde aber lieber auf die Überlenken gehen nach Möglichkeit. Ich habe Raketen. Das Ding ist mir zu hoch. Ja, an die Überlenken komme ich ran. Ich brauche nur noch ein bisschen. Okay. Eliminieren! Und zwar jetzt! Durchmündigkeit kritisch, Nase runter. Nö, 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 nö. Okay, die P39 geht auf mich. Dieses Spiel hat keine Ahnung. Doch hast du es wieder sein gelassen. Leute, ich brauche eure Unterstützung! Ich kann auch viel schneller fliegen. Ich auch, ich spiele gerade mit 600 kmh. Alter, diese Wellington, ne? Die U87 D5, die da gerade versucht, die Wellington zu retten. Und auf geht's, mir hinterher! Uh, das sieht gut aus. Und ne Abschlusshilfe, natürlich! Und ne Abschlusshilfe, natürlich! Das Problem ist, ich habe nur Rot unter mir. Ich will nicht unbedingt runterbleiben müssen. Och, ich bin hier unten. Ist ganz angenehm eigentlich. Da, wo du gerade bist, ja. Okay, jetzt nicht mehr. Ciao! Nichts wird über Raketen, wenn sie keiner erwartet. Mhm. Vor allem, weil keiner Raketen von einem deutschen Flieger erwartet. Raketen? Ja, die BF, ähm, irgendwas F2 ist das, glaube ich. Die hat Raketen? Ich glaube, ich habe in diesem Spiel noch nie Raketen eingesetzt. Ja, die sind noch was schwierig. Ich werde direkt auf die... ... auf den Gegner zu steuern. Jaaa, aber... Jaaa, aber... Na halt. Echt ein Vollidiot. Möglich, ja. Maul. Ich bestätige ihm nur deine Aussage. Was willst du? Keine Aussage, auf die ich eine... ... Bestätigung brauche. Dann mach diese Aussage einfach nicht, ja? Doch. Na, was tu ich. Tschüss, Gobi. Ah, ja. Da unten, das sieht ja lustig aus, diese Nachkampfgefechte über der Stadt. Und ich mich jetzt voll einmische. Ich bin wahrscheinlich erst auch gleich. Juhu. Es ist übrigens Malta, falls es einer nicht wusste. Ja, ja. Nein, ich wollte nicht das Fahrwerk ausfahren. Äh. Nö. Genau so wie ich mich... ... aus meinem Urlaub dran erinnere. Ja, ne? So schön aus, ja. Ja, ja, ja. Ich wusste gar nicht, dass du... ...1930 das erste Mal im Urlaub warst. War ich auch nicht. Klang aber so. Nö. Brauch noch nie auf Malta. Aber es entspricht ungefähr meinen Vorstellungen von Malta. Ganz gut. Es entspricht meinen Vorstellungen eines Urlaubs. Nein, Urlaub gemacht habe ich schon mal. Irgendwann. Früher. Glaube ich zumindest. Ja, ich werde sterben. Du auch auf die Du. Okay. Oh Mann. Alter. Die E-115 halten einfach gar nichts aus, ey, ne? Ich habe bis jetzt zwei Schüsse abgekriegt und sehe einfach schon in der Schadensanzeige sehr viel schwarz. Juhu. Die sind so unwendig. Wow. Unwändig. Schönes Wort. Wobei, nein, eigentlich nicht. Ja, von dem Russenverfolg. Oh. Oh. Ja, von der Yak-1. Ja, äh. Ich bin doch schon unterwegs. Kein Stress. Es ist nicht nur eine Yak-1, wie es scheint. Ja, ich weiß. Aber den zweiten habe ich nicht bekommen in der Zeit. Noch eine Yak-3. Äh. Der hat mich aber auch lange verfolgt. Der wollte mich unbedingt tot sehen, ne? Tio. Naja, dafür habe ich ihn tief ins Feindgebiet gelockt. Wow, ich habe den ersten Kill gemacht. Juhu. Das ist unglaublich. Ja, hier ist... Ja, hier ist... Ja. Aber nur weil sie ausgebrannt ist, glaube ich. War kein direkter Treffer von mir. Doch, egal. Das war dein Kill. Ja. So, noch ein tolles Flugzeug, ne? War es das schon fast? Fast? Was hast du noch? Ein Bomber. Ja. Der mir hier sehr viel bringt. Naja, du stahlst halt recht hoch, ne? Ja. Das ist auch ein Vorteil. Boom, zweiten Fliege noch. Ja. Die hast du mir geklaut rein, zufällig. Ja. Doch. Nein. Ne. Eine SB-2M. Die SB-2M, auf die habe ich gerade geschossen gehabt, als die jemand umgebracht hat. Also du kannst du mich jetzt nicht irgendwie mit reinlegen oder so. Die hast du mir geklaut, auch wenn du es nicht unbedingt wolltest. Wollte ich nicht. Ich habe dich nicht mal gesehen. Deswegen passt man auf. Nö. Aber deswegen passt man nicht auf, sonst hätte ich ja keinen Kill gemacht. Du brauchst auch keine Kills. Du kriegst nur noch genug Punkte für deine Flugzeuge, Corby nicht mehr. Finde ich auch nicht mehr so nötig. Was für ein interessantes Manöre, das gerade war. Was haben wir da? Der P-400 haben wir da. Und der SB-2C? Ich habe nie gesehen. Ich auch nicht. Entweder neu oder Premium. Okay. Ich erobere dich. Ah, okay. Tausende Zeichen! Nein. Okay, auf den gehen gerade vier Leute drauf. Das liegt daran, dass der Gegner nur noch vier Flugzeuge hat. Oh, wo nicht. Hui, Hilfe! Eins davon hat sich aber gerade voll hinter mich gesetzt. Bis zum nächsten Mal. Jeden. Ja, du hast sechs Killed, hallo? Ich hab zwei. Ja. Du solltest dich vielleicht nicht beschweren. Tue ich auch nicht. Ich wundert's einfach. Ja, sorry, dass ich keine Kills machen kann. Weil ich krieg Abschlusshilfen wie Ahoy, aber... Das ist jetzt wieder eine Abschlusshilfe. Ich sag's dir. Ja, gut möglich. Ja, Abschlusshilfe. Das ist ein schlechter Zeitpunkt für den Einsatzbefehl. Wo ist denn andere letzte Gegner? Nicht, weil das hat sie es. Da ganz oben. Naja. Hm. Da kommst du eigentlich hin, ne? Ist scheißegal, der ist aus dem Bereich rausgeflogen. Der will immer überleben, glaub ich. Und mehr ist nicht mehr. Bringt ihm auch nichts. Doch, sein Ego. Wir haben mein Gebiet eingenommen. Und dauerhaft. Doch. Nö, verdient du da trotzdem. Und du bist gecrasht, nur der PVY. Was du mal hast, hast du getan? Ich? Ja, du. Ich bin nicht gecrasht, ich bin ausgestiegen. Warum? Ich wollte falsch abspringen. Hast du deinen Namen jetzt auf Benelty gekennst, oder was ist mit dir los? Wir haben die Initiative. Meine Chance für einen Kill. Wohl auch nicht. Ja, die Chance ist gleich weg, ich sehe es schon kommen. Dann schieße ich immer auf dich. Das ist für nichts tun, ist sogar teuer. Nee, bei Squad-Mitgliedern nicht. Aber IRL. Lass'n du vor. Dinge. Lass'n wir's einfach dabei. Juhu. Best one. Und ich hab' ne... Perlpalski 1? Was? Okay. Hat er die P-38 freigeschaltet? Öh. Bin ich daran erinnern, die bestellt zu haben, aber okay. Spiel Juggelmann, nice. Ja. Ich will das Erreichen der meisten Abschlusshilfen. Wie gesagt, ich hab' neun Abschlusshilfen. Neun. Na, muss ich mir überlegen, wo ich die einsetze. Die neun Abschlusshilfen geben aber immerhin 5000. Nice. Kann ich mir die neuen Einspritzer leisten? Kann ich mir die neuen Einspritzer leisten? Ja. Hast du schon was von der A-36 gehört, ob die gut ist? Äh, die ist auf jeden Fall recht neu. Die A-36, wo war' ich? Das ist der Attacker, ne? Ne, ne, der Patty. Ja, Schlachtflugzeug, Attacker. Die Grünen sind Attacker, Schlachtflugzeuge, sorry. Ja, 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 ja. Ähm. Sechs MGs, Modifikationen. Nur so an sich sieht der recht nett aus von den Start-Ther. Kriegt nur sechs MGs. Der Apache ist quasi ne F-4F. Ging ganz anders. Aber es hat dieselbe Munition. Ich verstehe nicht, warum das ein Schlachtflugzeug ausgeschildert ist. Puh. Es hat nämlich nichts, was nen Schlachtflugzeug ausmacht. Hm. Ich will gerade F-4U oder eben die... ... auf die A-36 hinarbeiten. Was heißt, ich müsste mir erstmal die beiden Ossos holen. Beziehungsweise einen davon, dann die SPD. Was jetzt wirklich billig ist, aber... Hm, 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 hm. Na ja, die A-20G hast du schon, oder? A-20G-25? Nö. Ach nee, das ist klar, du hattest die andere Version. Ja. Ja, in der Reihe kriegst du halt nicht mehr allzu viel tolles, ne? Außer, ich mein... Oh, weil du uns das ja unterbrochen. Okay. Die PBY, wenn du die magst. Weiß ja nicht. Die PBY meine ich in dem Fall. Die PBY, nicht die PBY. Nee, die PBY ist nicht so meins. Gut, also... Also ich mein, die Corsairs, also die F-4Us, fliegen sich auch viel zur Tonne. Aber eigentlich, die halten relativ gut was aus. Ich hab mich von der F-4Fs gewohnt. Na eben, also von der F-6F auf die F-4U ist kein großer Sprung. Juhu. Dann machen wir das. So. Jetzt sehe ich eigentlich meine Stats. Nein, tue ich doch nicht, weil ich... ...neu einen Schmerz erforscht habe. Juhu. Noch mehr. Es ist so nervig, wenn man gewinnt. So viele Sachen, die man anklicken muss. Ja, in deinem Fall jetzt. Hat man nicht immer. Ja, in deinem Fall auch recht häufig. Oder nicht? Nicht mal unbedingt. Warum hab ich dieses Flugzeug nicht auf A's? Ich hab alles gekauft. Hm, ist das ein schönes. Unbesiegbare FF-3-Polos, okay. Was denn das her? Hab's bekommen, weil ich mit der FF-3 geflogen bin. Hast du geklaut? Ne, ich hab fünf Missionen gewonnen. Ganz einfach. So, nächste Runde.